Die zweite Stufe, der Glaube-Iman. Der Glaube besteht aus 70 und ein paar weiteren Zweigen. Die höchste Stufe davon ist das Wort La ilaha illallah, das Glaubensbekenntnis. Und die niedrigste Stufe davon ist, ist es ein Hindernis aus dem Weg zu räumen und die Scham ist ein Zweig des Glaubens. Der Glaube hat sechs Säulen, der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, seine Gesandten, den jüngsten Tag und an das Schicksal im Guten sowie im Schlechten. Und der Beweis für diese sechs Säulen ist das Wort des Erhabenen. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, an den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt. Der Beweis für das Schicksal ist das Wort des Erhabenen. Gewiss, wir haben alles in bestimmtem Maß erschaffen. Und sprachlich bedeutet das arabische Wort Iman Bestätigung. Islamisch hat es die Bedeutung, der Glaube besteht aus Worten, die man mit der Zunge ausspricht, aus dem, was man mit dem Herzen glaubt und aus Taten, die man mit dem Körper umsetzt. Der Glaube steigt bzw. wird stärker mit der Gehorsamkeit gegenüber Allah und sinkt bzw. wird schwächer durch das Begehen von Sünden. Und diese fünf Punkte müssen vorliegen, sodass der Glaube islamisch korrekt beschrieben ist. Fehlt einer dieser Punkte, so handelt es sich nicht mehr um den Glauben bei den Sunniten, der bei den Sunniten bzw. Ahlus Sunnati wal Jama'ah beschrieben ist. Was ist der Beweis für diese fünf Punkte? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segensein auf ihm, sagte über den Glauben, sein Höchstes ist das Wort, la ilaha illallah, das Glaubensbekenntnis. Dies deutet auf die Eigenschaft des Glaubens, dass er aus Wörtern besteht. Und seine Aussage, und sein Niedrigstes ist es, einen Schaden vom Weg zu entfernen. Dies belegt, dass der Glaube aus Taten besteht. Und seine Aussage, und die Scham, ist eine Tat des Herzens. Und dies belegt, dass der Glaube im Herzen einen Teil des gesamten Glaubens ist. Ebenfalls bedeutet das Wort des Erhabenen auf eine Eigenschaft hin. Und zwar, wem von euch hat diese Sura seinen Glauben vermehrt? Dieser Vers ist ein Beleg dafür, dass der Glaube steigen kann. Und wenn er steigen kann, so kann er im Umkehrschluss auch sinken. Weiterhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Ich habe keinen gesehen, wie die Frauen, denen es an Verstand und Glaube mangelt.